Hi! Heute ist ein Feiertag. Ich hoffe euch geht es gut. Mein Name ist Jean-Pierre Krämer. Das ist ein weiteres Video der Firma JP Performance GmbH. Wir lesen die Kommentare und ihr habt euch schon ein paar mal gewünscht so ein Video wo es nur um R35 GTR geht und Best of GTR und dieses Video, jetzt kommt ein bisschen Zeitblase, ist da gerade im Schnitt. Da auf dem Bildchen. Siehst du wie doof ich da gerade geguckt habe? Das ist noch blöder. Da ist die Mimik ein bisschen. Ja, das könnte ein Laktosegesicht sein. Meinst du? Ja. Da franzt es gerade richtig aus. Deswegen werden wir was bauen. Das wird auch glaube ich ganz geil, wo wirklich nur um den R35er geht und alles mögliche, was ich mal dazu gesuppelt habe, was wir gemacht haben. So ein Best of wirklich. Mit ganz viel Porn und ganz viel Musik und ganz viel Stimmung. Und das zeigen wir euch jetzt. Also da ist es schon, aber nicht fertig. Aber es beginnt jetzt fertig. Tschüss. Das ist ein Nissan GTR. R35. Wir kennen ihn und lieben ihn. Die Legende. Eine wirkliche Legende. Es gibt kein Auto, was so ein Hype hat, wie ein Nissan GTR. Es gab ja 32, 33, 34, 35. Und ihr habt alle das Projekt beobachtet, was wir bei YouTube zeigen. Und dieses Video dient dazu, euch zu zeigen, wo wir uns gerade befinden. Boah, das Auto geil. Boah, das Auto schnell. Unfassbar. Du steigst aus einem Lambo aus. Dagegen ist ein Lambo, einen Haufen Krümmelkeks. Pisse am Rand von der Oma-Tischdecke. Besteck-Geschirr-Sonntags-Buffet. Das ist der Krümmel an der Seite. Das ist der Erwettere. Das ist der Krümmelkeks. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.